Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead und dieses Mal mit Episode 2 sind wir jetzt dran. Schauen wie es weitergeht. Ich habe ihn nun mit her gestorben. Wieso ein Status? Was muss ich da machen? Episode 1. Ah, jetzt ist er automatisch bei Episode 2 dran. Rücklauf, Statistiken. Sehen wir, wie die anderen gespielt haben. Ja, dann legen wir mal los. Ich bin gespannt. Ich weiß, wer du bist. Ich habe noch eine gute Idee für dich. Du hast alles bei dir durch das? Ja, ich möchte meine Eltern nach Hause kommen. Und du? Du schaust auf die fronte Tür. Du bist unser Lookout. Du hast es. Und ich bin Karli. Okay, Karli. Du kannst du mit Dug. Du hast es, Boss. Du hast es, Boss. Du son of a bitch. One of them is bitten. Wir kick his ass. Das ist was ich denke. Oh, mein Gott. Ja, da ist eine Menge passiert. Tartal Games präsentiert. Drei Monate später. Die anderen warten wohl immer noch auf das Militär, wie es aussieht. Die anderen warten wohl noch auf das Militär, wie es aussieht. Die anderen warten wohl noch auf das Militär, wie es aussieht. Dammit. Was haben wir heute Abend bekommen? Looks like ein Räppchen. Die anderen warten wohl noch auf das Militär, wie es aussieht. Ja, aber dann würde ich wahrscheinlich B-Food bei jetzt sein. Trust mich, ich habe keine Regretungen. Der Räppchen ist gar nicht nur ein Meal, Mark, aber ich nehme es. Wir alle hübschen. Nein, schade. Wir alle hübschen. Wenn ich eine Räppchen für Carly rations die andere Nacht habe, ich dachte, sie würde mich nicht mehr nehmen. Wir alle auf der Bedeutung. Wir alle auf der Bedeutung. Ja, du hast recht. Ich wünsche mir sicher, wie viel Essen wir haben. Wir werden wir auf das. Ich weiß nicht, dass die Eltern funktionieren. Manchmal hat man jemanden zu missen. Du denkst, dass Kenny noch mehr Glück ist, als wir hier sind? Ich hoffe sicher. Ja, zwischen dem Lacken und Kenney und Lilly, all die Zeit sind, Dinge sind ziemlich intensiv, nach der Motor End. Kenney hat gesagt, wenn er das R.V. läuft. Er hat eine Frau und eine Frau zu schauen. Und sie sind sicher in einer großen Gruppe. Er wird ihnen alle getötet. Ich kann ihn nicht verletzen. Du hörst Larry auf ihn zu verletzen? Das ist das Lacken. Er hat einen Problem mit dir, in particular. Larry ist einfach... ...schneiden für seine Frau. Hey, ich weiß Lilly. Sie kann sich selbst ausführen. Er braucht diese Energie, und es um uns zu finden, etwas mehr Essen zu finden. Und ich weiß, Lilly denkt, dass er etwas stärker wird. Aber der Mann ist all Muscle. Er ist ein schweiziger Fahrzeuger. Ich weiß nicht, dass ich mit ihm in einem Raum mit ihm stecken möchte. Und hat er dich nicht in die Gesichter gefangen. Mach mich fest. Ich würde sagen, es sieht aber noch einen Tick schöner aus, als der erste Teil. Er ist so wichtig, aber ich weiß nicht. Es geht mir nicht. Aber wenn ich sie nicht verraten kann. Tja und den Schuss hat jetzt nicht jeder für jemand gehört, wir haben keinen Vogel gebrochen, super Aktion. Jesus Christ. Oh shit, no, no, please don't kill us, we just want to help our teacher, we'll leave, I swear. Lee, you guys okay? G-get it off, get it off, goddammit, get it off me! Travis, maybe they can help. These might be the same guys that raided our camp and we barely got away from that. What guys? Why the fuck is there a bear trap out here? It's okay, we're not gonna hurt you. Don't listen to them Ben, please just let us go, we're not a threat to you. Kid, chill out, we'll try to help you but you gotta shut the fuck up. Lee, this is fucked up. We gotta help you, please. Ben, shut up, my dad was special forces, I know what I'm doing. Just see if you can get him out, after that you can leave us or whatever, I don't care, please. We gotta get him out of there. Oh god, thank you. Fine, but you gotta hurry. Hurry, please, hurry. Lee, this trap's been altered. There's no release latch. Oh no. Oh no. Shit, walkers, now we'll never leave. Please, get me out of this. Mark, get the boys back. Kenny, keep those walkers off of me. Oh god, oh god, oh god. Stop, stop, stop. Lee, do something. Please, get me out of here. Oh god, we're gonna have to cut you out. Try to get the chain! No, no, no! Try the trap again! Anything! Please! Let's go! Let's go! Dammit, Lee! Just cut off his fucking leg! We don't have time for that. I'm sorry. Ah! He's alive! Grab him and let's go! Travis! Come on, come on! We gotta move! Oh my god! Help me! Help me! Episode 2 – Hunger und Hilfe Team's 4 Team 2 – Hunger, for the next job. In this job. We can do it! I need a job! Once we go, let's go! I need to have the other jobs! I need to have the core 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 core! Das war's für heute. Schau mal die Gäste! Wir haben uns getötet! Shit! Was die hellen sie machen? Komm, komm! Oh mein Gott! Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Lee, bist du okay? Get ihn in die Truck, ich werde sehen, was ich kann. Kat, kannst du ihn fixieren? Jesus, Ken! Lee! Was? Ich weiß nicht. Lee! Was ist das? Du kannst nicht einfach bringen Leute hierher. Was bist du? Hey, willst du ruhig sein für eine fucking Minute? Hey, watch your mouth! Nein, ich nicht! Ich wollte wissen, warum du denkst, mehr Malice zu feeden war eine gute Idee? Ich dachte, wir können seine Leben aufbauen. Ich bin derjenige, das macht mich responsable. Das war eine dumme Sache zu tun. Wir sind nicht responsable für alle schwierigen Survivoren wir haben. Wir müssen uns auf unsere Gruppe, hier, jetzt. Jetzt! Well, hang on. Wir haben noch nicht mit diesen Leuten gesprochen. Vielleicht können sie helfen. Komm schon, Lilly! Das sind Menschen! Menschen versuchen zu überleben, wie wir. Wir müssen zusammenhängen, um zu überleben. Die einzige Grund, warum du hier bist ist, ist weil du Essen hast. Enough für alle uns. Aber das Essen ist fast weg. Wir haben vielleicht ein paar Monate leften. Und ich glaube, dass ihr euch nicht mitgebracht habt, seid ihr? Um... Nein. Nein. Okay, gut. Ihr seid, dann. Wir sind in der Familie. Wir sind in der Familie, Junge. Wir sind hier und sehen, was ich gemacht habe. W-What? Nein, ich... Ich... Komm schon, okay? Sie wissen, ihr glaubt, dass ihr das kleine Gruppe ist. Aber wir können unsere eigenen Entscheidungen machen. Das ist nicht deine eigene... ...Personal-Diktator-Shift. Oh, komm schon, du bist dramatisch. Alles wird immer eine Machtverrugung zwischen ihr zwei. Ich werde nicht ein Teil davon sein. Hey! Ich habe mich nicht gefragt, um diese Gruppe zu führen. Jeder war glücklich, dass ich das Essen verabschiede, wenn es genug genug ist. Aber jetzt, dass es rauskommt... ...sudentlich, ich bin ein ganzer Nazi. Kenny ist richtig. Ja, du bist in charge der Essen und die Regeln. Aber du bist nicht in charge der Menschen. Wirklich? Du warst nicht da. Lee hat eine Entscheidung. End der Geschichte. Wenn du ihn ausfüllen, kannst du ihn ausfüllen. Send ihn ausfüllen. Ich hätte nicht mehr interessiert. Aber sie haben zumindest eine Kampfverschmutzung gegen die Walkers. Und für den Rekord... ...Kenny wollte diese Leute hinterlassen. Wenn Kenny ausfüllen seine頭 ausfüllen für fünf Sekunden... ...he würde ich diese Entscheidung machen, um seine Familie zu retten! Wir haben einfach nicht genug genug. Ich sehe keinen von dir auf, um die schweren Entscheidungen zu machen. Meine Frau hat mehr Balls als alle von dir. Dad, bitte. Warum nicht du helfen Mark mit der Wall? Wenn du denkst, dass ich so schade mache, dann mach das. Das ist alles das Essen wir haben für heute. Du entscheidest, wer zu essen. Linh? Nein, ich bin ernsthaft. Du gehst das Essen an und kommst es ausfüllen. Du siehst, wie es fühlt, nicht genug Essen für alle zu haben. Sie ist eine gute Schütze und sie brauche ich auf jeden Fall. Tja, Clementine muss ich helfen. Logisch. Tja, die sind verarzt. Quatschen wir mal mit ihr. Ist er gut? Ich weiß nicht. Kannst du mir eine Hand bitte? Klar. Was hast du? Ich versuchte etwas Druck hier, während ich das versuchte. Ich dachte, dass ich mich daran verwendet habe. Säuern auf die Schütze. Aber ich meine, Kuss und Brüßes sind eine Sache. Aber, Linh? Dieser Mann hat keine Legge. Ich habe das richtig gemacht. Ja, ich weiß, du. Das ist richtig. Ich weiß, du. Ich weiß. Du hast alles, was du kannst, Linh. Danke für die Hilfe. Geh, und schau mal auf die anderen. Ich brauche ein bisschen Platz hier, irgendwie. Sturdy. Ja, haben sie schön umgebaut hier zum Lager. Du hast 60 Cent in meinem Puckett. Wenn du aufhörst und zuhörst, und zuhörst, dass du so ein Pansie bist. Ja, der kriegt auf keinen Fall Essen von mir, der Arsch. Der fühlt sich schon so schwach. Der ist aber neu in der Gruppe. Den kenne ich noch nicht. Scheint aber ein guter Kerl zu sein. Du hattest dich gut, Linh? Ich war da ziemlich verdammt. Ich habe diesen Manns Legen geschlossen. Ja. Ich hoffe nur, Kadja kann ihn schützen. Die Air Force Basis. Ich meine, diese Walle ist nicht genau auf die Militärung. Keine Chance, ich gehe da zurück. Du sahst, wie es war, wenn du mich aufhörst. Du sahst, wie es war, wenn du mich aufhörst? Komplettlich überrascht. Lilly ist ziemlich aufhörst. Ich weiß, dass ihre Intentions gut sind, aber... Aber nichts! Sie macht die smarte Wahl. Die Parasite, die du zurückgebracht hast, müssen wir gehen. Das ist nicht so gut. Nein. Wir können deine Axe benutzen. Du mindst, wenn wir ihn nehmen? Ja, gib uns das Ding für ein bisschen. Hier, Marc, das hilft. Danke. Hey, ich bin derjenige Arbeit hier. Du glaubst nicht mich die Axe? Kommt, Larry. Cut Lee some slack. Er weiß, dass du gerade ausfügt, Lilly. Er sagt mir so. Wie er versucht, Clementine zu schützen. Er... Ich brauche nur ein Essen. Tja, verhunger doch, Kerl. Dem quatsch ich das gar nicht. Hm, mein Fußball. Klar. So. Der gebe ich auf jeden Fall was zu mampfen. So. Der gebe ich auf jeden Fall was zu mampfen. Ich würde sagen, einen halben Apfel gebe ich ihr. Vitamine sind wichtig. Oh, das ist wichtig. Oh, das ist wichtig. Oh, das ist wichtig. Oh, das ist wichtig. Nein, Honey. Das war die letzte. Oh. Um... Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig, Hein. Du sagst, sie würden uns finden. Ich weiß. Ich habe das. Und bis dann... Schau, Clementine. Ich bin nicht stupide, Lee. Ich weiß, es ist nur verständlich. Aber es macht mich besser. Okay. Okay. You take good care of it then. I will. Tja, wer weiß, ob wir das nicht nochmal gebrauchen können. How are you doing, Clementine? Everything all right? Yeah. Is that man going to be okay? I think you'll be fine. Oh, that's good. Positiv denken. Genau. Ja, der Neuling. Können wir erfahren, wo drüber, wo er herkommt vielleicht was. Scheint ja ein Schüler zu sein. Der andere war ja der Lehrer. Der andere Junge braucht was zu essen. Sie braucht auf jeden Fall was zu essen. Da schauen wir aber gleich mal. Wir machen hier wieder einen Break. Bis zum nächsten Mal. Euer Chojin.